Das was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Es ist mal wieder auf das 2, okay, warum nicht? Letztes Mal hatten wir, glaube ich, was anderes und das Mal davor auch. Von daher ist das 2 doch mal wieder ganz in Ordnung. Er empt hier direkt links ab. Ähm, als wenn er wüsste, dass da jemand steht. Ich weiß nicht, ob er ihn steppen gehört hat. Er ist jetzt hier gerade ziemlich alleine, der Rest geht auf A lang. Die schieben auch schon darüber, bis auf der Letzte. Als wenn er wüsste, dass er... Okay, er hört ihn wahrscheinlich, er hört ihn, äh, Zoom. Alles klar, ja, okay. Okay, also, er weiß höchstwahrscheinlich, dass er da steht. Der Molly war, glaube ich, nicht so prickelnd, oder doch? Naja. Ähm. Die 2 wissen auf jeden Fall voneinander, wobei bei Volcher jetzt nicht sicher ist, ob er jetzt, äh, auch einen Wallhack hat oder wie auch immer. Wir haben ja letztens, äh, die letzten paar Overwatches immer wieder Cheater-verseuchte Lobbys gehabt. Also auf beiden Seiten waren Cheater, die zusammengefärscht sind durch, ähm, den Trust-Faktor. Ich denke, jetzt schreibt er gerade sowas. Äh, fucking Cheater oder sowas. Wir gucken mal, wir gucken mal. Also ich denke, er hat einen Wallhack oder, oder hat er ihn irgendwie direkt gehört und hat dann einfach gedacht, der ist da immer noch, der ist da immer noch. Es kann sein, es kann sein. Aber ich glaube eher nicht, vor allem so, wie er da rumkackt. Naja, hinten kommt einer durchgerannt über den T-Spawn. Der ist jetzt gleich hinter ihnen. Einer noch auf Long, einer auf Short, einer unten bei Mitte. Es ist schon auch, es ist jeweils einer gestorben. Hinten ist jetzt durch und könnte gleich die Bombe von hinten natzen. Pass auf. Der wird jetzt wahrscheinlich gleich durchgesagt, falls er hier Leute, ja, er killt jemanden. Jetzt wissen Sie Bescheid, hinten ist jemand. Ähm. Mal gucken, wie er ihn jetzt erwartet. Also ich würde ihn jetzt natürlich auch in dem Moment, glaube ich, in diesem Eck erwarten, in dem er sitzt. Oh, aber jetzt läuft er weg und man hat ihn, glaube ich, gar nicht gehört. Ich glaube, man hat ihn nicht steppen gehört. Aber er schiebt halt so, ah, okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich, äh, frei und kann schieben. Hm. Näh. Also ja, ich denke, da ist wahrscheinlich schon ein, schon ein Wallhack am Start. Auf Short ist auch noch einer, der jetzt auf A kommt. Die Jungs schießen dabei auch schon oben hin, der ist jetzt so oder so angesagt. Er spielt auch wie so ein, wie so ein Lulli irgendwie. Also es wirkt so merkwürdig. So merkwürdig schlecht. Warum hat er jetzt so hoch geaimt gerade eben? Okay, das ist irgendwie merkwürdig. Also, warum spielt er so bescheuert? Also es wirkt dann zumindest so, als wenn er den Wallhack überhaupt gar nicht richtig nutzen könnte oder als wenn er zu blöd wäre, ihn zu nutzen. Jetzt wartet er hier sogar, obwohl er auf dem Planten muss. Er hat noch 18 Sekunden. Sie verlieren sonst das Spiel. Mit Wallhack müsste er ja eigentlich easy im Vorteil sein. Er sieht ihn jetzt auch nicht mehr, aber... Na gut, nee, aber dieses Rübergucken ist ja auch vollkommen legitim. Man muss ja da hingucken, wenn man da drauf rusht. Weil er da ja stehen könnte. Ich bin mir jetzt auf einmal gar nicht mehr so extrem... Wow. Der gerade eben drauf gelockt ist. Den. Ich bin mir auf einmal gar nicht mehr so extrem... Oh! Habt ihr das gesehen, wie er gerade eben auf den noch auf Short hochgeflickt ist? Okay, der lockt da jedes Mal ein. Auf jeden Fall... Schon wieder! Auf jeden Fall eine Aim-Unterstützung. Aber bei Wallhack bin ich mir auf einmal überhaupt gar nicht mehr so extrem sicher. Das am Anfang war ein bisschen komisch, aber das könnte auf Gehör gewesen sein. Das heißt, diese Szenerie auf B ist außen vor. Und jetzt gerade eben diese Sache und das unten. Ich dachte, als der CT unten bei CT war und nach links weggelaufen ist, dass er dann sich so hinstellt, als wenn er halt auch gleich von links kommen würde, der Gegner. Aber er hat einfach weiterhin so komisch da hingeguckt, hat manchmal nach rechts geaimt. Es wirkt so retarded. Und dann spielt er trotzdem so offensichtlich den Aim-Assist aus. Der Aim-Assist ist natürlich auch ein, 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 äh... Der geht ja auch... Der Aim-Assist würde doch auch durch die Wand gehen, ne? Also man kann... Man aimt ja dann auch... Man lockt den nächsten Gegner, wenn das so eingeschüttet ist, auch durch die Wand oder durch den Gegenstand an. Das heißt, damit kann er natürlich auch einfach in der Kurz-Drauftab herausfinden, wo jemand gerade in der Nähe ist. Ja, der ist weg vom Fenster. Aim. Ist auf jeden Fall on the Stizzle. Aber ich denke, dass ein Wall wahrscheinlich auch noch mit am Start ist. Also noch mit aktiviert ist. Und dann eben hat er für mich gezuckelt, als wäre irgendwas geladen. So bing. Und? Also das kann er übrigens nicht erzählen. Lächerlich. Er geht da hoch, ist unter Beschuss. Vielleicht hat er doch keinen Wall-Hack. Vielleicht hat er wirklich nur einen Aim-Lock. Und, ähm... Boah. Sagt bloß, der Gegner da oben hat einen Wall-Hack. Naja. Also er bekommt von mir einen Aim-Assist, aber bei Wall-Hack bin ich mir auf einmal gar nicht mehr so sicher. Die Sachen sind auf jeden Fall erklärbar, die er gemacht hat. Ähm... Aber auf keinen Fall durch Skill, weil... Es ist nichts da. Also null. Irgendwie... Es fühlt... Es sieht zumindest so aus, als wenn er... Ein... 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 Also da hinten... Das ist wiederum sehr merkwürdig. Jawohl. Er hat etwas wenig für meinen Geschmack ins Pit reingeguckt. Also da war er sich sehr sicher, dass da niemand mehr ist. Obwohl es sehr gut möglich ist, dass da noch jemand auf dem Pit ist. Dass er manchmal so hinlockt. Das ist... Das ist Wahnsinn. Also das ersetzt für ihn auf jeden Fall ein Wall-Hack. Wenn er einfach so oder so auf den Gegner drauflockt. Guck mal, was... Was macht er denn? Was... Ich glaube, der da unten war sogar angesagt. Äh. Ultra... Ultra fishy mit dem... Mit der... Mit der... Vision-Unterstützung. Also... Er ist eh gebannt. Der... Also dieser Aim-Assist ist drin. Zu 100%. Den... Den sieht... Wird jeder sehen. Und der Bann wird auch reingehen. Der ist wahrscheinlich dann in wenigen Minuten weggegangen. War-Hack gepimmelt. Aber... Mit dem Wall-Hack bin ich mir trotzdem nicht so ganz sicher. Er aimt zu einem Gegner hin, wo er wohl wahrscheinlich steht. Also einfach nach Intuition. Und dann... Sieht man kurz, wie das Fadenkreuz sich bewegt. Was macht er denn jetzt? Wie das Fadenkreuz sich kurz bewegt. Und er dann halt zu dem Gegner hinfliegt. Und dann dadurch weiß... Oder das Fadenkreuz sich zu ihm hin bewegt. Und dadurch weiß, wo er ist. Also ich glaube, ich drücke ihm sogar keinen... Keinen Wall-Hack, sondern einfach nur einen Aim-Assist. Hm. Da flasht er. Okay. Sie gehen alle auf A. Verrückt mich, bitte. Bitte wies. Letzter Zeit ziemlich viel zu tun. Und wenig zu schlafen, leider. Also ich glaube, ich glaube wirklich, dass er gar keinen Wall-Hack hat, sondern einfach... ...einfach nur... ...bei seine Aim-Unterstützung. Er hat keinen Wall-Hack. Er guckt einfach... Er drückt einfach auf... Er tuggelt das, ne? Ihr wisst schon. Und dann... Er tuggelt das... Ja doch, also... Ihr wisst, was ich meine. Er triggert drauf und er geht dann immer so dahin, wo der Gegner steht. Also ich glaube, da ist noch nicht mal... ...ah... ...ein... ...ein Vision-Darm. Aha, aha, okay, okay. Ja, wie er versucht, ihm in die Rübe zu schießen. Er sieht eigentlich auch... ...den er da gerade eben gekillt hat. Sieht der Kerl seinen Kopf? Wenn er nur seine Stirn sieht? Ich meine, falls ja, dann ist die Waffe ja... ...oder sind die Augen ja in der Stirn drin. Was soll ich meinen? Eigentlich nicht, ne? Äh, achso. Ich wollte gerade sagen, er schießt auf sein Mate, aber er ist ja City. Er ist jetzt so behindert gespielt. Wahnsinn. Ultra schlecht und richtig eklig vor sich hin gedödelt. Also, der Aim-Assist ist zu 100% drin. Er ist für immer weggebannt. Das war's. Zack. Zack. Schön den, äh, Overwatch... ...die Overwatch-Punkte einfahren und GG-Easy rumpimmeln. Und uns freuen, dass er weg ist. Ähm, ja. Ja, das war's eigentlich soweit, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.